ja servus freunde zu einer neuen folge von nachdenken tv heute möchte ich mal eine kleine exkursion mit euch machen und zwar habe ich ein bild vorbereitet und wie ihr sehen könnt ist das ein drastisches bild aus der heutigen zeit und wenn ich jetzt jeden von euch einfach mal fragen würde welches land könnte das wohl sein jetzt mal unabhängig davon die freunde die sich mit kriegsgerät panzer etc ein bisschen auskennen wie eigentlich so der spontane gedankengang für die heutige zeit ho nordkorea die provozieren mal wieder die lassen mal wieder alles auffahren was hier im lande ist tja weit gefehlt das ist der traditionelle aufmarsch des militärs am nationalfeiertag das war gestern am 14 juli und das ganze fand dann natürlich unter tosendem applaus von den zuschauern statt die berichterstattung in den diversen medien und nachrichten und so weiter die war eigentlich dann sage ich mal größtenteils einhöllig und die lautete dann also so dass frankreich hier die militärpräsenz einfach mal aufzeigt mit der frankreich im stande oder in der lage ist sein land gegen irgendwelche feinde zu verteidigen beziehungsweise auch für den fall einer nato beteiligung dass man natürlich auch entsprechend gerüstet ist um hier wieder wie immer schön die demokratie in andere länder zu tragen und ja kann sich jeder selber sein bild darüber machen ob das jetzt hier eine machtdemonstration ist oder ob das selber rasseln ist oder ob das wirklich nur friedlichen nationalfeiertag einfach nur ein blickfang für die bevölkerung sein soll komischerweise habe ich ein vergleichbares bild hier gefunden stammt aus dem ich müsste liegen ich glaube april habe ich hier noch ein bild gefunden wo eigentlich das gleiche grundtyp bild zu sehen ist hat nur ein problem dieses bild entstand in nordkorea und auch hier gab es wie beim anderen eigentlich auch eine einhörige meinung der presse und den mainstream medien und zwar lautete das ganze eigentlich so in wirklicher form in welcher form auch immer dass nordkorea hier also mal wieder mit seinem militär protzt und hier eigentlich zeigt wir möchten eigentlich jeden der gegen uns ist dem haben wir jetzt eine auf die rübe auf gut deutsch gesagt der kim jong un provoziert eigentlich hier wieder nur alle zivilisierten länder und das können wir natürlich nicht durchgehen lassen müssen wir postwendend wieder einschreiten diesen drastischen vergleich eigentlich zwischen den beiden auslegungen dieser bilder die vom grundtyp her absolut identisch sind weil diese militärparade nordkorea ist eigentlich nichts anderes als dass sie einen jahrestag irgendwo in ihrem land feiern soll jedes land machen auch die amis machen das am 4 juli glaube ich machen die auch ihren ihren national feiertag und da wird auch wieder alles mögliche aufgeboten was in der kategorie militär vorhanden ist sage ich steht jedem selber zu hier sieht man aber bloß wieder drastisch eigentlich wie die mainstream medien mit solchen geschichten umgehen und wie in der öffentlichkeit eigentlich jeder der nicht nach unserer pfeife tanzt oder nach den amerikanischen pfeifen tanzt wie auch immer oder der einfach hier nicht ins gesamt wird anschauungsbild von einigen leuten passt wie der eigentlich herunter gemacht wird und durch die mainstream medien eigentlich die normale bevölkerung eigentlich von grund auf schon so dogmatisiert und geimpft wird um einfach zu sagen sehen wir ein bild von dem muss eigentlich im kopf automatisch herumgeistern der der muss weg der muss weg der muss weg und ja ob das unbedingt im sinne der freien presse ist wie es immer so schön heißt die ja angeblich frei ist das kann jeder für sich selber entscheiden ich bin der meinung nein ich werde es auch noch in meinem nächsten video ich habe jetzt das einfach nur mal kurz eingeschoben weil mir das einfach wichtig war werde ich auch in meinem nächsten video darauf eingehen auf die geschichte meinungsfreiheit und ja ist auch schon in arbeit wird also nicht mehr lange dauern gut soll jetzt wirklich nur noch mal ein kurzes info video für euch gewesen sein macht euch selbst eure gedanken dazu meine meinung steht fest und ich hoffe es war ein bisschen informativ für euch würde mich über ein abo von euch freuen und in diesem sinne bis zum nächsten mal daumen hoch nicht vergessen